Wir sind heute aber schon ganz schön viel rumgekommen im Gegensatz zu den letzten Episoden. Überraschung. Es hängen noch überall Ballons da drin. Und ein großes Willkommensschild. Ey. Ich sage, bin ich ein Affe? Und die so, hm, was du gesagt hast. Typisch. Just take it slow and I'll catch you if you fall. Probably. Wenn er sagt, er ist von Dach zu Dach gesprungen, warum geht er da nicht hoch? Oh, 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 you're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. Alright, just slow down. Just for a second, okay? You just told me not to look. Good point. Ich habe jetzt gedacht, da steht ein Walker. Oh, oh. Made it. You see anything? I can see the bridge. Was ist das? Wait, I see something. What is it? A light. Wait, there's another. Luke! Luke! Ich habe jetzt das dumme Gefühl. Ich fahre jetzt runter. Ich habe jetzt das dumme Gefühl. Ich fahre jetzt runter. Okay, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man, you calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, 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 whoa. Please, just do what he says. Kenny. Kenny. What do you know this guy? Clementine? What? What? Is this, is this real? Kenny. I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's going to storm soon. Please, come in. Aber ich habe gesagt, er kommt bestimmt wieder. Wenn man nicht gesehen hat, dass er gestorben ist. Ja. Und da ist er. Und er hat auch wirklich einen coolen Bart. Joa. Es ist Weihnachten sehr anscheinend. Und die Strom her. Kenny und Sarita haben uns mit uns für mehrere Wochen gehalten. Es war ein Ski Lodge, obviously, so we have plenty of food. Und, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guest here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. They're cool. Dad, look! A Christmas tree! Not now, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Hmm. Yeah, interesting episode, must I say. Good. If you all follow me, I'll show you where you can sleep. Hmm. Ich habe mich Christa und Omid geschlossen. Wo warst du? Christa sagt, du wärst tot. Ich möchte nicht darüber reden. Wo warst du? Ben hieß er. Genau. Oh. 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 Aber die Frage ist, wann werden wir das erzählen mit den Dichtern? Oh. Hey Clementine. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Wanna help me prepare a little dinner? So, how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. We're old friends. Ich habe ihn kennengelernt, nachdem es passiert war. Als er mit Lee war? Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt. Verbrennen mit Menschen ist so wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne Matthew mache. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann mich nicht vorstellen, was es so ist, in der Mitte all dieses. Es ist nicht einfach. Ich kann mich vorstellen. Es ist schwer genug als Kind. Almost fertig. Würdest du mir die Ehre für den ersten Kurs, Frau? Es sieht gut aus. Es sieht aus wie Musch. Nein, es sieht aus. Hm, hm, hm. Als Artistin gibt es nichts, was ich weniger mag, als ein freundlicher Kritiker. Huh. Eine hervorragende Erinnerung. Anyway, ich nehme es von hier. Also, ich hätte mir die Pfoten verbrannt. Bei Metallgriffen. Ach ja, wie geil. Hier geht's nicht lang. Wo ist das denn da unten? Eine CD? Wow, das ist so alt. Wow, das ist so alt. Er erinnert mich an die Schule. Was ist diese Song, die du hast? Wood King Wenceslas. Es ist meine Lieblingssong. Was ist es? Es geht um einen König, der Essen zu einem pooren Mann bringt. Der König und der Sonne. Oh, das ist nur einer dieser Szenen. Der König ist sehr stark. Nach einem lange Zeit, es wird so kalt, dass die Szenen nicht weitergehen kann. Aber der König sagt, die Szenen einfach in seinen Tracks. Mark my footsteps, scoot my page. Tread thou in them boldly. Thou shalt find the winter's rage. Free thy bloodless blood. Clem, wir können ein paar Hilfe benutzen. Hier, Sarah. Du gehst das und sie auf da. Du kennst ihn vorher. Du kennst ihn vorher. Du kennst ihn vorher. Du kennst ihn vorher. Es muss unglaublich sehen ihn wieder. Wenn ich ihn kennst, er ist so anders. Er hat nichts gesagt, über ihn vorher? Nein. Er hat ihn nicht gesagt, über ihn vorher. Oh. Alles dauert ein wenig. Diese Tage dauert ein wenig. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur den Topper. Wir hatten immer noch einen Angel auf unserem Tee. Meine Familie hat nicht Weihnachten zu Weihnachten. Aber ich liebe immer die Dekoration. So. Finde eine Weihnachtsbombschlitze. Die ist bestimmt in irgendeiner Kiste. Okay. Die nicht. Ähm. Oh. Was ist das? Eine Karte. Hm. Okay. So. Wir nehmen hier so einen Holzflock und schmeißen ihn oben auf den Baum als Spitze. Dann steht der Baum nicht mehr lange. So. Kann man da rausgucken? Ach, warte mal hier. What a funny little guy. What a funny little guy. So. Kann man nicht in die... Hm. 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 Ja. 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 Ich hab's gesehen. Ich habe die Lichter. Welche Weise gehen sie? Nach in die Hände. Wir können keine Chance nehmen. Wir bleiben am Tag. Aber wir sind hier sicher für heute Abend, oder? Clementine, du hast mit dem Mann Walter gesprochen, oder? Was sagte er? Du hast ihn gesagt. Du hast ihm nichts über uns, oder? Du musst dich aufhören? Wir müssen uns bemerken. Wir müssen uns bemerken. Wir können uns bemerken. Wir können uns überhören. Er hat jemanden gesagt. jemanden? Wer? Sein Freund. Sein Name ist Matthew. Schau. Ich weiß nicht was dieser Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Schau einfach mit dem anderen. Sie glauben dir. Schau, was du herausfinden kannst. Ich gehe nach Luke. Schau, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche nur etwas zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Hm. Ok, ich schätze mal, in der Kiste wird ein Stern sein. Ok. Wir reden erstmal vorher noch mit mir. Äh, mit mir. Mit ihr. Hanna. 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 Ja. Hm. Okay. Jetzt wird's dreist. Das gilt. Ein Stern. Das ist schön, ich glaube. Schön. Schön. Ich habe das Zeit im Jahr lieb. Du weißt, jetzt dass deine Freunde hier sind, wird dieses Ort anfühlen wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Menschen. Echt ehrlich gesagt, es ist gefährlich, diesen typen zu sein. Aber sie können es nicht helfen. Warte, bis du dich mit Matthew kennst. Er ist ein echtes Charakter. Der erste Mal, du kennst mich, er kenne mich. Wie sieht er aus. Ich kenne ihn jetzt Maddy. Wo ist Matthew? Oh, er magst du lange Gehen gehen. Er ist härter geworden, ne? Kann ich mal sagen. Er hat sich verändert. Er ist härter geworden, ne? Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Wenn du drei sind. Kenny! Ist nicht so, nicht gut? Ich verstehe. Ich finde es. Ich denke, ich kann es trainieren, Kenn. Ich dachte, ich habe es. Always has to play the Gentleman, but I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Why don't you go see if your friends are ready for dinner, Clementine? So. Warum siehst du nicht nach deinen Freunden? So, okay, zum Essen. Also müssen wir jetzt gleich hier lang, oder? Okay. So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Sind sie schon am Tisch? Nee. Sind sie jetzt auch schon wieder alle? Hä? Hallo? 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 Hier? Hä? Hä? Ich stehe wieder die Treppe hoch. Nein, glaube ich nicht. Hä? Ich kann sagen, wir sollen nach dem Essen gucken oder nach den Freunden. Gehen einfach nochmal hoch und gucken, was passiert. Wir reden mal mit ihr. Ich weiß, es wird schwer. Du bist okay? Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann nicht selbst selbst auswählen. Wie soll ich ein Kind sein? Ich meine, wie kann jemanden jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie Sie wissen? Na ja, ich bin immer noch hier. Ich weiß, dass es schwer wird. Aber gleichzeitig, ich fühle mich schon ein bisschen weniger schuldig. Weil ich weiß, dass egal was passiert, ich werde jemanden treffen. Sie schreit. Willst du hören? Das Essen schmeckt gut, oder? Kann ich? Ich glaube, ich glaube, ich bin ein Rund. Sie wird ein Rund. Wenn er herauskommt, dass es nicht sein wird, dann wird mich tönt. Ich weiß nicht was zu machen. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Frau für ein paar Tipps. Aber ich glaube, dass nichts anderes ist. Er wird dich nicht tönt. Da ist mein Mann. Bist du okay, Baby? Ich bin gut, du großartig. Ich brauche nur etwas Essen zu holen. Danke, dass du mit der Klem stehen hast. Na ja, alle? Das Essen ist serviert. Komm, wir essen. Futter! Futter! Okay, manchmal, wenn du so kleine Ladebildschirme bekommst, dann hängt das Spiel ein bisschen. Aber das liegt wahrscheinlich an der Xbox-Version. Aber nur in dieser Episode. Gucken, ich hoffe, dann ab der dritten Episode haben wir das nicht mehr. Du bist okay, Mann? Ja. Ich wünschte, ich hätte diesen Trigger gemacht. Versuch, darüber zu vergessen. Genau hier, Clem! Gucken! Äh. 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 Mit Ihren Freund hier. Ja, wir sind einfach zu reden, Kenny. Tun wir einfachислzt. Was hast nicht er, Clem? They seem very accommodating for a bunch of people in a big house I trust him With your life? I think so Walter was telling me his family died That's horrible A thing like that can hit a guy pretty hard He lost his whole family? Wife and kid Damn I didn't know him that long I thought you were old friends Well we kind of got separated Hey there Hey Hope you like the food Oh it's great Thank you Peeches and beans Great for nutrition Not too great on the way out though I tell ya So it's Luke and Nick Luke and Nick You guys sure do look like a bitch What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends That's all So what was your plan here? Hold out for the winner? Actually we were thinking of moving on Somewhere up north You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place? What kind of place? Yeah Christa and I were going there Supposed to be a big camp up near Michigan Michigan? You got a hearing problem kid? Yeah Michigan Think about it Fresh water Lots of land And cold ass winter So the walkers get slow Sounds like bullshit Listen vanilla ice I don't know what your deal is You're more than welcome to take off in the morning That'd be just fine by me What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy It's fine, Nick We're not staying She's staying Huh, excuse me? Please, don't fight Gentlemen, please There's no need for this Now look, we've all had a long day Please eat Pass me that can, Duck Hey, Clementine Would you, uh, lend me a hand outside for a moment? Hm Hey, das ist natürlich Mist Jetzt